Heute geht es um die schweren Vorwürfe gegen Til Schweiger durch den Spiegelartikel, der jetzt erschienen ist, und auch um die Stellungnahme von Nora Tschirner, die Schauspielerin, die auch mithilfe von Til Schweiger und durch seine Filme nochmal auf die nächste Stufe in der Karriereleiter auch gestiegen ist und die jetzt auch was zu sagen hat. Und das Statement von Instagram von ihr zeige ich euch hier auch in kompletter Länge. Und so viel kann ich vorwegnehmen, sie will das Ganze auch nicht mehr mitmachen. Was auch immer das dann heißen mag, aber gehen wir jetzt mal in den Tagesspiegel, der ein paar Auszüge vom Spiegel zusammengefasst hat. Und den verlinke ich euch als Quelle unten. Und wie gesagt, das ist ein Spiegel-Plus-Artikel, der auch nochmal Geld kostet. Und ich glaube, das ist dann urheberrechtstechnisch ein wenig tricky, das hier zu zeigen. Von daher gönnt euch das gerne selbst. Ich fasse jetzt aber das Nötigste zusammen. Ich habe auf jeden Fall beides gelesen. Und ich würde mich auch sehr freuen, weil solche Videos immer sehr tricky sind. Da kriegt man ganz gerne mal Post. Dass hier vielleicht einige ein kostenloses Abo dalassen. Ich bin wirklich sehr bemüht, hier immer die neuesten Ereignisse für euch zusammenzufassen. Und würde mich sehr freuen, wenn ihr ein kostenloses Abo dalasst. Ansonsten gehen wir jetzt in den Tagesspiegel. Und vorneweg, es gibt immer die Unschuldsvermutung. Das möchte ich ja ganz klar sagen. Nicht alles, was dort in diesen Artikeln steht, muss dann auch der Wahrheit entsprechen. Aber es ist doch durchaus interessant, wie ich finde. Gehen wir jetzt in den Artikel vom Tagesspiegel rein. Insgesamt habe der Spiegel mit mehr als 50 Filmschaffenden, ehemaligen und aktuellen Vertrauten des Schauspielers und Regisseurs gesprochen. Mehrere Personen sollen dabei ein Klima der Angst, das bei Dreharbeit mit Schweiger geherrscht habe, beschrieben haben. Keine Würde am Set. Im Grundgesetz heißt es, die Würde des Menschen ist unantastbar. Nicht an den Sets von Til Schweiger, so fasste eine Schauspielerin, die mehrfach mit Schweiger gedreht habe, sein mutmaßliches Verhalten nach Spiegeldarstellung zusammen. Also wie gesagt, man spricht hier auch von mutmaßlichem Verhalten, weil auch der Tagesspiegel sich hier so ein bisschen zurückhalten will, weil solche Artikel auch ganz gerne mal abgemahnt werden. Und wie gesagt, die Unschuldsvermutung steht immer auch ganz klar jedem zu. Und das ist auch wichtig und richtig. Das möchte ich auch ganz klar sagen. Wie gesagt, dennoch finde ich das jetzt hier spannend zu zitieren und darauf einzugehen und meine Meinung dazu zu sagen, das darf ich. Von daher ist es, denke ich, okay. Betrunken und gewalttätig beim Dreh. Auch ein Gerücht oder eine Sache, die im Spiegelartikel benannt wurde, ob das jetzt so stimmt, ist die Frage. Zeugen beschreiben demnach außerdem, Schweiger sei immer wieder bei Dreharbeiten betrunken gewesen. Unter Alkoholeinfluss, Schweiger, vier Mitarbeitern zufolge einem Mann ins Gesicht geschlagen haben. Das wäre natürlich ziemlich krass. Also zu trinken ist ja per se jetzt erstmal nichts Schlimmes. Und auch betrunken zu sein, kann ja theoretisch auch so sein. Und ist ja auch erlaubt. Aber dann wirklich handgreiflich zu werden, das ist ja wirklich krass. Und wie gesagt, dort gilt auch die Unschuldsvermutung, bevor ich hier einen bösen Brief bekomme, ja. Also ich muss das hier immer so sagen. Jetzt bin ich nach. Der Hervorfall habe sich laut Spiegel am Filmset von Manta Manta zweiter Teil, der ist auch gerade im Kino lief, ereignet. Der Mann soll für die Produktionsführer gearbeitet haben. Er habe verhindern wollen, dass Schweiger betrunken arbeitet. Okay, das ist natürlich auch sehr, sehr wild und sehr, sehr interessant. Und was jetzt Nora Tschörner zu der ganzen Geschichte zu sagen hat, das möchte ich euch hier erstmal zeigen. Und dann gehen wir darauf auf nochmal ein. Hallo, ich sitze hier gerade mit einem Pulsschlag wie ein Kolibri, weil ich einen Artikel gerade gelesen habe im Spiegel über Til Schweiger in erster Linie, aber auch über die Filmindustrie. Und dort, den könnt ihr ja alle nachlesen, haben sich sehr, sehr viele Leute dem Spiegel anvertraut und über Zustände in der Filmindustrie gesprochen. die von den Verantwortlichen als Prinzip null und nichtig erklärt werden. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe da keinen Bock mehr drauf, weil das ist für jeden in der Branche seit Jahrzehnten, bis auf einige wirklich wenige Sets, ein absolut offenes Geheimnis, dass diese Zustände herrschen und dass das dokumentiert wird. Ich habe mal so eine Frage, wie man Sachen dokumentiert, stelle ich jetzt mal einen Raum. Aber wenn man als Verantwortlicher sowas hört und noch nicht mal sagt, wir gucken uns das jetzt mal genauer an, wir gehen der Sache mal auf den Grund, sondern sagt, nee, nee, ist alles cool. Und damit auch den Mut ignoriert der Leute, die sich eben eigentlich das in ihren Positionen überhaupt nicht leisten können, die ja Angst haben, ihren Namen zu sagen und die sich es nicht leisten können, dann Fass aufzumachen. Also das ist echt höhnisch. Und da mache ich nicht mehr mit. Also ich finde, dass in diesem Artikel sehr viel stimmt. Und wenn wir uns nicht jetzt mal die Karten legen als Industrie langsam, was Arbeitsschutz angeht, dann müssen wir uns sagen, auf welcher Seite wir so gestanden haben, was die ganze Geschichte angeht. Grundsätzlich finde ich es sehr gut, wenn Schauspieler oder auch Schauspielerinnen wie jetzt Nora Schörner auch Leuten den Rücken stärken, die nicht diesen Mut aufbringen können und sich leisten können. Das sage ich auch ganz bewusst, weil sie von diesem Geld sehr abhängig sind, von diesen Aufträgen und Co. Eine Nora Schörner wird wahrscheinlich ausgesorgt haben, die hat viele Kinofilme mitgemacht, ist in den letzten Jahren sehr erfolgreich, auch beim Tatort. Und viele andere TV-Formate, wo sie, glaube ich, jetzt auch mal sagen können, okay, so zwei, drei, vier Jahre kann ich auch theoretisch mal nicht gebucht werden. Oder ich schreibe da mein Buch oder ich habe da meine Reichweite und mein Standing. Das haben viele kleinere Schauspieler oder auch Komparsen nicht. Und ihr wollt nicht wissen, was ich in meinen Agenturen angeboten bekomme. Für irgendwelche Netflix-Produktionen soll man sich da zum Affen machen, in Boxershorts für 100, 200 Euro am Tag, da 10, 12 Stunden rumtouren. Und das dann noch teilweise vor sehr fragwürdigen Leuten, Regisseuren oder auch Mitarbeitern, die sehr übergriffig sind. Dann aber auch Schauspielern, die sehr hochnäsig mitunter sind und schlechten Zuständen an den Sets mit ultraschlechtem Catering, wenn überhaupt mal Catering da ist. Also das sind alles Dinge, die ich schon in meinen paar Dreis erlebt habe. Und ich habe da nicht viel mitgemacht, weil mir das dann auch schnell zu blöd wurde. Und bin ja sehr vorsichtig, was ich da annehme. Viele können sich das aber, weil sie es beruflich machen, nicht leisten. Das sind gelernte Schauspieler. Das sind Leute, die es wirklich ernst meinen und wirklich eine Passion dahinter auch besitzen, das auch auf Lebenszeit machen zu wollen, davon leben zu wollen und zu können. Und die haben natürlich nicht die Möglichkeit, wie eine Nora Schirner. Und deswegen finde ich es gut, dass sie quasi den Rücken den Leuten stärkt, die das nicht offen aussprechen können, aus Angst. Grundsätzlich finde ich es aber immer sehr schade, dass erst so ein Spiegelartikel erst folgen muss, damit dann auch eine Nora Schirner nach Jahren dann was dazu sagt. Denn man muss ganz klar sagen, das ist ja nun schon seit Jahrzehnten bekannt, dass es in den Filmbranchen sehr heiß hergeht, um es mal vorsichtig auszudrücken. In den Kommentaren kam das Ganze aber auch recht gut an. Jessica Schwarz, auch eine Schauspielerin, schreibt, danke, Nora. Ruth Moschner, auch bekannt aus dem TV, schreibt auch, danke für deinen Mut, Menschen den Rücken zu stärken. Das ist so wichtig. Und das finde ich auch grundsätzlich erst mal das Wichtigste und das Endstatement dieses Videos, dass ich das sehr, sehr wichtig und richtig finde, dass eine größere Schauspielerin auch mal was dazu sagt. Auch gerade jemand, der mit Tischweiger gearbeitet hat in vielen Filmen. Warum man dann aber auch mehrfach mit ihm zusammenarbeitet, wenn er doch so grässlich ist, ist dann halt auch wiederum die Frage. Viele sagen auch, Mensch, das ist jetzt eine Hexenjagd gegen Tischweiger. Das möchte ich auch mit reinbringen, weil er sich hier und da auch politisch geäußert hat. Und das passt natürlich auch nicht jedem in den Kram, was er da zu sagen hat. Und das kann natürlich auch sein, dass das jetzt so eine Nummer ist. Mal sehen, was Tischweiger macht. Ich werde natürlich auch seine Statements hier berichten. Also bleibt gerne am Ball. Ich werde auch gerne, wenn ihr wollt, den Spiegelartikel noch mal durchgehen. Dann würde ich meinen Anwalt noch mal fragen, ob ich das machen darf. Das ist mal ein bisschen tricky. Da möchte ich mich erst mal absichern. Und über die Feiertage ist es jetzt ein bisschen schwierig, da noch Leute zu erreichen, was ja auch deren Recht ist, dass sie mal frei haben. Von daher schreibt mir gerne Spiegel am Ende unten rein, wenn euch das interessiert. Und wenn euch generell mein Kanal gefällt, lasst gerne ein kostenloses Abo da. Es kostet keinen Cent. Und ich berichte über aktuelle Themen, wie zum Beispiel auch den Fall von der vermissten Rebecca Reusch. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr dort auch in das Video reinschaut, auch ein sehr aktuelles Thema. Und ich habe mir da sehr viel Mühe gegeben und bin dort auch vor der Kamera zu sehen, für die Leute, die vielleicht das erste Video schauen und sich fragen, Mensch, ist der überhaupt mal zu sehen, der Typ, der da quatscht oder nicht? Und wenn ihr mich mal sehen wollt, dann schaut gerne in das Rebecca Reusch Video rein. Ansonsten war es das für heute. Wir sehen uns dann gerne beim nächsten Video und ich bleibe bei der Story dran, weil ich glaube, das wird ein ganz heißes Thema die nächsten Wochen. Bis dann und ciao, ciao.